Okay, ich muss los. Tschüss. Ciao. Was? Ich geh. Nee, das kannst du nicht. Doch, ziemlich gut, sogar seit ich zweieinhalb bin. Ganz spät. Der Kaminkehrer kommt heute, hast du das vergessen. Ich weiß, ich war diejenige, die euch gesagt hat, dass heute jemand hier sein muss. Richtig. 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 Und dieser jemand bist du. Nein, ich muss ins Büro. Ich hab ab neun durchgehend Termine. Ach, sie hat Termine. Kann sich nicht frei nehmen? Ja, nimm dir doch mal frei. Ich nehme mir sicher keinen kompletten Urlaubstag für zwei Minuten rein raus mit dem Kaminkehrer. Hast voll recht. Er ist doch Freelancer. Ja, dein unbezahlter Praktiker kann warten. Wow, die nimmt dein Purpose nicht ernst. Okay, nur mal so FYI, ja? Ich hab zwei Mitarbeitende, die ich fast voll bezahle. Und wir soft launchen morgen unsere neue App. Der letzte Sprint dafür entscheidet alles. Aber das geht natürlich in dein Corpett gewaschenes Night to Five hier nicht rein, ha? Wow. Okay, Björn, ganz ehrlich. Alles gut. Ich bleib hier. Hä? Wie, musst du nicht ins Büro, oder was? Nee. Nee. Wir haben flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. Hm. Ja, super. Cool. Verdammt, was muss ja los. Tschüss. Tschüss.